Was hält Sie davon ab, Millionär zu werden? David Buck, der sehr bekannte Finanzexperte und Autor des Millionen-Bestsellers Automatisch Millionär, kennt den gravierendsten Hinderungsgrund. Es fehlt die Automatik. Ohne diese Automatik entwickeln die wenigsten die nötige Selbstdisziplin, um ein Vermögen aufzubauen. Haben Sie auch den Wunsch, finanzielle Freiheit und lebenslange finanzielle Sicherheit zu erlangen? David Buck verrät eine Vorgehensweise, mit der selbst Menschen mit einem normalen Einkommen mittel- bis langfristig Millionär werden können, ganz automatisch. Hierzu müssen Sie kein Börsenprofi werden. Sie brauchen sich nicht an strenge Budgets zu halten, müssen keine großen Opfer bringen und auch nicht übermäßig viel Willenskraft aufbringen. Was Sie benötigen, ist eine Automatisierung, ein Autopilot. David Buck zeigt Ihnen in diesem praxiserprobten Hörbuch auf, wie Sie Schritt für Schritt jeden Teilbereich Ihrer Wohlstandsbildung automatisieren können. Sobald einmal alles eingerichtet ist, müssen Sie sich nicht mehr viel darum kümmern und brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen. Sie werden sozusagen mit minimalem Aufwand automatisch Millionär. Erfahren Sie in diesem Hörbuch unter anderem, warum es die meisten Menschen, selbst Großverdiener, nicht schaffen, Geld auf die Seite zu legen. Wie Sie allein schon mit dem Latte-Faktor zu beachtlichem Wohlstand gelangen. Wie Sie ein finanzielles Sicherheitsnetz aufbauen. Wie Sie sparen, ohne an Lebensqualität einzubüßen. Welchen Prozentsatz des Einkommens Sie in welchem Lebensabschnitt sparen sollten. Wie Sie es dank dieser Strategien schaffen, die Spargewohnheit über Jahrzehnte mühelos durchzuhalten, was sonst den wenigsten gelingt. Warum Sie Ihr Haushaltsbudget und den dazugehörigen üblichen Familienstreit beiseite lassen können. Wie Sie genügend Geld zur Verfügung haben können für die großen Dinge, die Sie sich leisten möchten. Wie Sie zu Gelassenheit und einem Gefühl der Sicherheit gelangen. Der Millionen-Bestseller aus Amerika wurde übrigens mit für den deutschen Sprachraum relevanten Informationen angereichert. Zudem erhalten Sie mit diesem Hörbuch ein benutzerfreundliches Arbeitsbuch, welches Ihnen bei der Anwendung maßgeblich hilft. Wir haben dieses Hörbuch mit dem Schauspieler Helmut Winkelmann als Hauptsprecher aufwendig produziert. Eine ganze Reihe von Dialogsprechern stehen Ihnen zur Seite, sodass allein schon das Anhören dieses Hörbuchs ein Vergnügen ist. Für dieses ganz besondere Hörbuch ließen wir eine einzigartige Verpackung entwickeln, nämlich eine Box, die aussieht wie eine Schatztruhe. Sie soll in Ihrem Büro oder in Ihrem Zuhause als Symbol für Ihren zukünftigen Wohlstand dienen. Sehen Sie sich einmal diese wunderschöne Schatztruhe an. Wir sind sicher, sie wird Sie inspirieren und Ihnen Glück bringen. Das gesamte Team des Ruf-Verlages hat große Freude an dieser Schatztruhe. Auf der Verleger Alex S. Ruf ließ sich eine in sein Büro stellen. Hier sind einige Aussagen zu automatisch Millionären. Wenn es wichtig für Sie ist, unabhängig zu werden, ist dieses Buch ein Muss. Bill O'Reilly, Fox News. Wichtige Nachrichtensendung in USA. Wenn Sie Bugs Vorschläge umsetzen, ist Misserfolg unmöglich. Gene Schatzky, Finanzexperte NBC. Großer Fernsehsender in USA. Egal wer Sie sind und wie hoch Ihr Einkommen ist, Sie können von diesem leicht umzusetzenden Programm profitieren. Fangen Sie jetzt damit an. Sie und Ihre Lieben haben die großen Scheine verdient. Ken Blanchard, Millionen-Bestseller-Autor. Automatisch Millionär besteht aus acht CDs, einem äußerst benutzerfreundlichen Arbeitsbuch und zwei Postern. Ein Erfolgspaket, das Sie auf Ihrem Weg zu Reichtum begleiten wird. Bestellen Sie Automatisch Millionär jetzt mit dem Link unterhalb dieses Bildschirms. In ein paar Jahren werden Sie froh sein, dass Sie es getan haben. Bestellen Sie Automatisch Millionär jetzt mit dem Link unterhalb dieses Bildschirms.